Es kann nicht sein, dass bei uns eine Burka getragen wird, wo ich selber in meinem eigenen Land Angst habe, weil ich nicht weiß, ist ein Mannsler, eine Wäuble drinnen, hat der auch Bomben versteckt oder was immer auch. Also das regt mich auf. Ich weiß sowieso, wenn ich was drehen hätte. Aber Christoph, wenn ich was drehen hätte. Hallo, grüß Gott. Mir ist wichtig, dass wir offen reden, dass ihr mir wirklich schildert, wo die Probleme sind, weil nur so kann man weiter.